Da wurde mitten in der Nacht ein Kind geboren. Da war mit einem Mal der Himmel nicht mehr fern. Da sang ein Engelschor, die Welt ist nicht verloren. Und über allen strahlte hell der Weihnachtsstern. Da wurde dir und mir ein neues Licht gegeben. Dass unsere Herzen immer neu erwärmen kann. Und wenn es dunkel wird für uns in diesem Leben. Fängt es mit seiner ganzen Kraft zu leuchten an. Bist du erwachsen oder noch klein? Das dürfte heute Abend gar nicht wichtig sein. Sind wir nicht alle ein Menschenkind? Wann immer viele geboren sind. Bist du ein Junge oder ein Mann? War jede Frau nicht auch ein Mädchen irgendwann? Was uns für immer zusammenhält. Das fühlen jetzt so viele Menschen auf der Welt. Und da wurde mitten in der Nacht ein Kind geboren. Da war mit einem Mal der Himmel nicht mehr fern. Und da sang ein Engelschor, die Welt ist nicht verloren. Und über allen strahlte hell der Weihnachtsstern. Da wurde dir und mir ein neues Licht gegeben. Und wenn es dunkel wird für uns in diesem Leben. Fängt es mit seiner ganzen Kraft zu leuchten an. Wir wünschen euch eine frohe Weihnacht. Und ein schönes neues Jahr. Wir haben auch in diesem Jahr gemeinsam wieder viel erlebt. Wir haben beim Schlager-Countdown uns über die große Premiere oder besser gesagt das Comeback der Kelly Family gefreut. Und auf die Weltpremiere der neuen Helene Fischer Songs in Dortmund konnten wir unser größtes Schlagerfest feiern. Den Schlager-Boom. Und für all diese schönen Momente möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal ganz herzlich bei Ihnen zu Hause bedanken. Vielen Dank, dass Sie uns auch 2017 wieder treu geblieben sind. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir alle wünschen Ihnen natürlich an dieser Stelle schon mal eine schöne Adventszeit. Wenn Sie Lust haben, dann können wir uns am 13. Januar wieder sehen. Dann präsentieren wir hier im Ersten und im ORF die Schlager-Champions. Das große Fest der Besten. Wir rollen dann in Berlin den roten Teppich aus für die Stars des Jahres. Und ich hoffe, Sie feiern dann wieder mit uns. Jetzt wünschen wir Ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit. Und ich wünsche Ihnen persönlich, dass das Friedenslicht bis zu Ihnen nach Hause leuchtet. Tun Sie mir einen Gefallen, bleiben oder werden Sie gesund. Auf Wiedersehen, Ihr Florian Silbereisen. Wir wünschen euch eine frohe Weihnacht und ein schönes neues Jahr. Wir wünschen euch eine frohe Weihnacht. Wir wünschen euch eine frohe Weihnacht und ein schönes neues Jahr.